Topfgucker TV empfiehlt Willkommen in unserer Küche, ich bin Stefan Richter und ich werde Ihnen heute eine Ente mit Kartoffelmaronpüree kreieren. Für unser Gericht brauchen wir die Ente, Zwiebeln, Äpfel, Orangen, für unser Maronkartoffelpüree natürlich Kartoffeln, Maron, Zwiebeln, bisschen Butter, Salz. Also als erstes befassen wir uns mit der Ente, dann werden wir hier hinten ein bisschen was wegschneiden, denn damit das nachher auf dem Teller schöner aussieht, werden wir uns hier die Flügel keulen, ein bisschen auslösen, das werfen wir nicht weg, das nehmen wir nachher mit als Fondansatz für die Soße, denn machen wir unser Salz-Pfeffer im Misch mit Majoran, zusammen in eine Schale, vermischen das und reiben die Ente in drinnen damit ein. Schön einreiben, kann man ruhig zweimal, nicht sparen dabei. Als nächstes machen wir die Zwiebeln, die wir schon mal vorbereitet haben, die Äpfel und die Orangen in eine Schüssel, vermengen das Ganze, damit es natürlich in der Ente gleichmäßig verteilt ist. Dann befüllen wir die Ente damit. Nach dem Befüllen müssen wir natürlich die Ente zumachen. Da gibt es mehrere Techniken. Ich bevorzuge die Technik mit der Schnur, damit man sich ein bisschen faden, ist jetzt eher was für ein Faden, der sollte schon ein bisschen stabil sein. Dann nimmt man den einen Fuß hier unten, dann kleben Knoten rein, macht man das so rum, dann nimmt man die Keule, die andere Keule, drückt jetzt so ein bisschen zusammen. Man kann es natürlich einfacher machen, aber wir machen das heute mal mit dieser Technik hier. Macht man das hier so rum, dass es ein bisschen fest ist, dann dreht man die Ente, nimmt diese Schnur, nimmt sich die zwei Flügel, macht die zusammen, dass ein bisschen Druck drauf ist. So, das Ganze ist dann fertig, wird dann quasi hier reingelegt, denn die Reste, die ich ja vorhin abgeschnitten habe, wird hier nebengelegt, weil der dann nachher für unsere Soße Geschmack gibt. Denn die restlichen Zwiebeln, Orangen verteilen, so und zum Schluss geben wir noch ein bisschen Wasser hier rein, damit wir nachher natürlich auch für die Soße ein bisschen Ansatz haben. So, den allerletzten Schritt, den wir noch machen, können wir oben die Ente auch nochmal ein bisschen mit Salz, Pfeffer, Majoran bestreichen und dann geht es auch ab in den Ofen. Denn wichtig ist dabei, die Temperatur nicht zu hoch zu stellen, da wir ja ein sehr gutes Endprodukt haben wollen, machen wir das hier auf Niedriggarverfahren, sprich langsames Garen der Ente. Auf 165, 170 Grad können Sie das zu Hause in Ihrem Backofen gerne einstellen und dann erstmal drei Stunden schön garen lassen. Als Nächste, da wir ja keine drei Stunden warten wollen, machen wir gleich mit dem Kartoffelmaronpüree weiter. Da ist es wichtig, als erstes die Kartoffeln zu kochen. Ansetzend Kartoffeln müssen auch immer bedeckt sein mit Wasser, sehr wichtig. Dann ein wenig Salz zugeben, nicht zu viel. So, nebenbei kann man denn schon mit dem Maron anfangen, schon mal langsam zu dünsten oder zu garren. Man kann da verschiedene Varianten benutzen, entweder macht man das im Backofen oder halt auf der Pfanne. Wir machen das heute hier mal auf der Pfanne oder in der Pfanne. Wichtig ist dabei, die Maronen nicht zu doll zu garren in der Pfanne. Die soll ja nicht verbrennen, weil die kommen nachher dann noch in diese Kartoffel mit rein. Maronen, auch genannt Esskastanien, war im Mittelalter und bis zum 19. Jahrhundert ein Hauptnahrungsmittel in Süd- und Westeuropa. Und heute halt sehr selten noch in Restaurants oder so zu finden. Die Maronen, die haben einen süßen, nussigen Geschmack. Ein wenig mehlig auch. So, wenn dann die Butter ein bisschen heiß ist, heben wir die Maronen dazu. Und da braucht man jetzt nichts weiter tun, als die hier zu garren in der Pfanne. Aber wie gesagt, halt aufpassen, dass man die Flamme nicht zu sehr groß stellt. Nachdem sie denn mit den Kartoffeln und Maronen fertig sind und die fertig abgekofft haben, fangen wir denn mit diesem Maronen-Kartoffelpüree an. Dann nehmen wir zuerst mal einen Löffel Butter. So, wenn die Butter ein bisschen zerlaufen ist, geben wir ein bisschen Zwiebeln dazu, fein gehackt. Lassen die leicht glasig anschwitzen. Oh, dauert einen kleinen Augenblick. Kochen hat auch so etwas mit Zeit zu tun. Nachdem die Zwiebeln glasig geschwitzt sind, kommt nach Bedarf Milch und Sahne dazu. Da ist eigentlich egal, mit was man anfängt. Wir werden erstmal ein bisschen von jedem hier reinmachen. So, ich persönlich gebe erst jetzt das Mehl dazu. Normalerweise eine Mehlschwitze, wenn man eine macht, Butter und dann das Mehl. Ich mache das Mehl ein bisschen später, nach der Sahne und nach der Milch rein, damit es eine etwas leichte und etwas fluffrige Bindung nachher ergibt. Und wichtig ist dabei, dass die Sahne-Mülch-Liasong hier nicht zu dick wird, weil ja unsere Kartoffeln mit dem Maronen ja auch noch Stärke drin haben. Nachdem sie das alles verrührt und vermengt haben, kommen sie zu den Maronen-Kartoffeln. Am besten so eine, jeder hat bestimmt hier so eine Presse zu Hause, so eine Quetsche. Dann werden wir Kartoffeln, Maronen in dieser Milch-Sahne reingedrückt. Die geht ein bisschen schwer durch die Maronen. Das kommt immer darauf an, wie lange man die kochen lässt. Nachdem wir die Maronen-Kartoffeln da reingepresst haben und vermengt haben, mit der Milch und mit der Sahne, schmecken wir das Ganze mit Salz und Pfeffer noch ab. Nehmen wir einen Kostelöffel. Einen Kostelöffel, muss man sagen, lecker. Ja, hat auch, wie gesagt, diesen süßigen, nussigen Geschmack von dieser Marone übernommen. So, da sind auch schon die drei Stunden rum bei uns. Das geht ja wie im Flug hier. Ja, wenn man ein bisschen nachhilft und ein bisschen zaubert, dann geht das schon. So. Natürlich dadurch, dass wir ja vorhin Äpfel, Zwiebeln und Orangen und ein bisschen Wasser zu unserer Ente dazugegeben haben, haben wir natürlich dadurch einen schönen Fond bekommen, den ich hier schon mal abgegossen habe und passiert habe, dass wir nur den reinen Fond haben. Den werde ich hier bei uns mit Speisestärke abbinden. Man kann natürlich auch eine normale Mehlschwitze nehmen, Butter, Mehl. Aber da muss man halt aufpassen, dass man das Mehl rauskocht und dann halt nicht die Soße anbrennen lässt oder so. Und warum ich Speisestärke nehme, ist ganz einfach. Hier schmacksneutraler Soßenbinder und sehr wichtig bei Speisestärke, nicht zu viel, immer nach und nach ein bisschen rein, weil der doch sehr bindet. So, man kann natürlich dann auch noch einen kleinen Schluck Orangensaft dazugeben. Erstmal ein bisschen, nicht zu viel. Und immer nicht vergessen, das Rühren. Wie gesagt, wichtig ist, dass man das einmal aufkochen lässt, die Soße, damit die Stärke sich mit der Soße schön verbindet. Da warten wir jetzt mal kurz ab, bis es aufgekocht ist. Sehen Sie, die Soße hat eine schöne Bindung, so wie sie sein soll. Nicht zu dick, nicht zu flüssig. Sehr schöne Bindung. Die können wir auch einmal kurz abschmecken. Können ruhig mit einem Löffel, aber nur einmal benutzen, bitte. Schmacklich sind wir schon mal sehr gut auf dem Weg. Ja, dann würde ich sagen, müssen wir das Ganze bloß noch auf den Teller anrichten. Und dann kann man auch schon essen. Natürlich ein Teller, 26 cm Durchmesser, aber Sie werden wahrscheinlich andere Teller zu Hause haben. Dann mal ein bisschen Püree drauf. Sieht natürlich anders aus als andere Püree, durch die Maronen, ein bisschen dunkler. Aber ich schmacklich vorzühen. Als nächstes machen wir den Soßenspiegel. Wichtig ist aber erst den Soßenspiegel, dann das Fleisch, nie die Soße über das Fleisch. Und dann zum Schluss kommt dann die halbe Ente, die wir halbiert haben, rauf. Ein bisschen mit dem Zack. Zum Schluss streuen wir noch ein wenig Petersilie rüber, damit das ein kleines Farbtöpfelchen gibt. Und fertig ist unser Gericht. Unsere halbe Ente auf Kartoffelmaronenpüree. Alle Gastgeber und Rezepte unter www.topfgucker-tv.de . . . . . Vielen Dank.